Ja Metal Leute, Furchis Meinung ist wieder mal da. Ja, ihr kennt das? So ein richtig alter, schöner Dosenöffner. Die alten Menschen unter euch werden das kennen. Und ja, mein Chef hat mir ja das hier geschenkt. Und ja, die Dose wölbt sich langsam. Werde ich das beim Projekt Brote Brötchen altmodisch machen. Aber, hey Chef, wir haben ja das, oder sie haben ja nichts Kleingedrucktes gesagt, geschrieben. Deshalb werde ich mir von Amazon noch was bestellen. Ich blende euch das dann mal ein. Chef! Beef! .